Molly Horwitz war die einzige Frau, der Matthew Perry in seinem viel zu kurzen Leben einen Heiratsantrag machte. Doch ein halbes Jahr danach ging die Beziehung in die Brüche, wie immer zog Perry selbst die Reißleine. Nun gedenkt die 32-Jährige ihrem ehemaligen Verlobten mit einem herzzerreißenden Posting, in dem sie schreibt. Ich habe ihn mehr geliebt, als ich begreifen konnte, aber war kompliziert und hat mir Schmerzen bereitet, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Matthew Perry – Warum alle seine Beziehungen scheiterten Von kurzen Affären mit Gwyneth Paltrow, 51, und Julia Roberts, 56, in den 90er Jahren bis hin zu einer gescheiterten Verlobung mit Molly Horwitz, 32. In den 2020er Jahren datete Matthew Perry diverse Frauen innerhalb und außerhalb Hollywoods, siehe Infokasten unten, Doch alle Beziehungen scheiterten Weil der Chandler Bing Starr die Beziehungen sabotierte. Der Schauspieler hatte 2021 gegenüber People-Bilanz gezogen, warum er fast alle seiner früheren Beziehungen, einschließlich einer Verlobung, beendet hatte. Das war meine Angst, erklärte er. Das ist es, was ich manifestiere, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Und dann mache ich Schluss mit ihnen. Er fuhr fort, dass er nach all den Jahren endlich eingesehen hatte. Dass nicht die Frauen, sondern er allein das Problem gewesen sei. Aber es kann doch nicht mit jedem etwas nicht stimmen. Ich bin der gemeinsame Nenner. Ich bin zuerst gegangen, weil ich dachte, sie würden mich auslöschen. 2020 verlobte er sich mit Molly Horwitz, tollste Frau auf dem Planeten. Die letzte Frau an der Seite des 54-Jährigen war die Literaturmanagerin Molly Horwitz. Sie war nicht nur die Einzige, die keine Schauspielerin war. Sondern auch die Einzige, der er die Frage aller Fragen stellte. 2018 kamen sie zusammen. Im November 2020 machte er ihr in einer Schweizer Reha-Klinik einen Heiratsantrag. Ich habe beschlossen, mich zu verloben, sagte Perry damals ebenfalls gegenüber People-Happy. Glücklicherweise war ich zu diesem Zeitpunkt mit der tollsten Frau auf dem Planeten zusammen. Die Fans jubelten, dass Chandler nun seine Monika gefunden habe, und tatsächlich hatte die hübsche Brünette auffällige Ähnlichkeit mit seiner Serien. Partnerin, hier Bilder sehen. Trotz Perrys Berühmtheit führten die beiden eine unauffällige Beziehung, doch im Juni 2021 trennten sich die beiden endgültig. Manchmal funktionieren Dinge einfach nicht, und das ist eines davon, sagte Perry damals zerknirscht. Ich wünsche Molly das Beste. Herr Benutzer Thomas